Ja, und hallo zusammen! Neue Woche, gerade jetzt hier in Bamberg angekommen. Ich habe auch schon gerade das ganze Equipment aufgebaut, weil ein paar Schüler hier dann die Unterlicht online bekommen und ein paar kommen auch dann hierher vor Ort. Jetzt spiele ich mich noch ein bisschen ein und dann kann es auch schon losgehen. Musik 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 Und da ist es auch schon Dienstag. Ja, ich bin natürlich jetzt wieder hier in meinem Studio. Ich war jetzt heute Vormittag schon fleißig, habe hier einen Song komplett transkribiert, also ein Piano-Arrangement von einem Popsong komplett rausgehört. Dann habe ich auch neue Noten an meine Schüler verschickt und auch neue Schüleranfragen beantwortet. Und es geht dann auch gleich schon los. Heute Abend, wenn ich dann fertig bin, schneide ich wieder an meinem Vlog weiter und wir sehen uns dann morgen wieder. Ja, und hallo zusammen! Jetzt haben wir es Dienstag, so um die Mittagszeit. Jetzt geht es auch bei mir gleich wieder los, damit wir unterrichten. Ich habe heute Vormittag schon unterrichtet. Jetzt werde ich hier noch ein bisschen was üben, ein bisschen improvisieren und dann werde ich wieder hier dann aus meinem Studio Klavier online unterrichten. Bis zum Abend dann! Musik 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 Amen. 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 Ja und hallo zusammen, Donnerstag. Jetzt bin ich auch gerade mitten im Unterrichten. Jetzt habe ich gerade eine kleine Pause und die wollte ich jetzt zum Üben nutzen und zwar zum Techniküben. Und zwar will ich mir da als heute folgendes Modul vornehmen. Und zwar im Prinzip schiebe ich dann hier meine rechte Hand durch, eine bestimmte Tonart rauf und auch wieder runter. Lasse aber meinen Mittelfinger weg und zerlege dann die restlichen Finger in folgendem Muster. Also 2, 1, 2, 4, 5 und das verschiebe ich dann diatonisch durch die Tonart. Nach oben und auch wieder nach unten. Und nach unten ist es dann 4, 5, 4, 2, 1. Genau und das wohl mit der rechten Hand als auch dann auch mit der linken Hand das Ganze dann gleichzeitig. Und los geht's. Musik Musik Ja und durch, durch alle Tonarten Jetzt geht es wieder weiter mit dem Unterrichten Wir sehen uns dann morgen wieder Musik 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 Ja und Freitagabend Ja ich bin fertig mit dem Unterrichten Lief alles sehr gut durch Ich habe alle Schüler sozusagen dann in die Ferien geschickt Die ja dann nächste Woche anfangen Morgen habe ich dann noch einen Unterrichtstag Da melde ich mich dann noch das letzte Mal wieder Und dann war es das dann für diese Woche Jetzt noch Abendessen Und wir sehen uns dann morgen wieder Ja und hallo zusammen Ja jetzt haben wir es Samstag Vormittag Ich bin wieder hier im Frauenland in Würzburg Und unterrichte jetzt heute hier dann wieder Auf meinem Klavier Es geht auch dann gleich los Und jetzt vorher werde ich jetzt dann Hier noch was üben Und mich dann auch schon mal für diese Woche verabschieden Nächste Woche sind dann Schulferien Da werde ich dann die ersten Tage erstmal ein bisschen ausspannen Aber dann sehen wir uns wahrscheinlich sehr bald wieder Dann im Studio bei mir zu Hause Weil ich dann wieder verstärkt neue Musik produzieren werde Ich habe auch dann noch ein paar neue Aufnahmen geplant Auf meinem Flügel Habe ich ja schon angekündigt Euch auf jeden Fall schon mal einen schönen Sonntag Und bis bald Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020